Also ich muss sagen, ich bin echt kein guter Autofahrer. Muss ich mal sagen, ich habe echt schon viele, also zwei, drei Unfälle habe ich bestimmt schon gebaut. Echt jetzt? Ja, zwei, ne einer davon hatte wirklich einen krassen Schaden, das war der an dem X5, an einem fetten Geländewagen BMW, der da halb auseinander geflogen ist. Dann noch einmal gegen einen Citroën, ne gegen Peugeot war es, da war kein Kratzer, nix. Ich habe ihn halt trotzdem reingefahren, weiß. Und dann nochmal von BMW zu BMW, da ist zur Abwechslung auch mal nix passiert, aber ja, für mich zählt es halt, ja, ist halt Unfall. Also schon drei Unfälle eigentlich und das in den ersten zwei Monaten ist es, oder zwei, drei Monaten ist es natürlich schon ein bisschen, ein bisschen krass. Ein bisschen ist gut. Oh, und einmal bin ich schon mit 66 in Nordgeplästoren, auch noch in der Probezeit. Das heißt, es ist natürlich ganz super für meinen Strafen-Bundesregister-Fickybums, was auch immer. Fickybums. Was ist das? Also gut. Es gibt drei Punkte in Flensburg. Aber das ist mir egal, da wohne ich ja nicht. Aha. Öh, badumms. Das habe ich auch noch nie gehört. Das war ein guter Witz. Den merke ich mir. Äh. Ey, das war mein völligster... Oh, darf ich die Waffe? Das ist aber nett von dir. Du, die Waffe ist das Auto. Oh, nein, nein, nicht schießen. Komm, komm, raus, raus. Lady Foots. Nein, ich will den, ich will den anderen. Oh, du... Oh, mach doch nicht mein Auto kaputt. Achso, ja, warte. Dann tausch mal. Nein, egal. Nein, achso. Oh, ja, gut. Erst machst du es kaputt und dann gibst es mir, oder was? Hier, dein Geburtstagsgeschenk. Das erinnert mich, kennst du den Film? Ey, hör mal auf. Ey, hör mal auf. Ups, sorry. Ups, falla. Ich habe außerdem auf deinen Kopf geschossen. Wollte ich nicht. Ich wollte ihn nicht umbringen. Nein, 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 nein. Oh, oh, oh. Ich habe nur noch ein kleines Witzelchen im Leben. Schlechtes Leben heute. Oh, scheiße. Nur heute? Achso. So, mein Leben voll, Auto wieder ganz. Supi. Okay, ich tue dir nichts. Ich habe mir geschworen, ich tue dir nichts mehr. Ich mir auch. Also, ich tue mir nichts mehr. Kannst du dich bitte mal quer auf die Straße stellen und ich ramme dich mal voll? Ja, klar, wo willst du machen? Ja, guck mal. Natürlich mit der Fahrerseite zu dir. Damit du es schön pumst. Komm. Komme. Warte, ist nicht so schnell. Hallo. Oh. Mit dem Bus kommt er. Zahnkette, ja, ich glaube, den kenne ich. Hui. Warum lass ich dich mal crashen? Aber ich ramme die doch weg. Du hast... Ey. Ich habe mir geschworen, ich tue dir nichts. Aber das ist ja zum Glück wieder Leben gewesen. Und schon wieder Baller unter mir eins rein. Nee, ich glaube es nicht. Aimboid. Ciao. Schnell weg. Boah. Da habe ich jetzt den anderen hier Zahnkette voll gerammt. Bisschen mir böse. Boah, ich müsste jetzt mal voll niesen. Echt? Dann mute dich kurz. Will ich nicht. Ich will jetzt alles versauen. Bad. Hi. Hi. Hey. Okay, an das Leben komme ich aber nicht ran. Dann fahre ich halt den Penner um. Ach, du bist das. Oh, toll. Der Penner? Das nehme ich mir zur Brust. Oh. Hey, warte, hier sind Motorräder. Oh, ja, ja, ja. Gib ihm. Oh, so. Oh, shit. Nimm, fahr weg. Die schießen auf mich, Thomas. Das ist mir doch egal. Verdient. Juhu. Hier stecken schon viele. Label. Ich habe übrigens drei Sterne. Wie viel? Drei. Wieso drei? Hast du einen Bullen abgeknallt, oder was? Ja, Mann, der hat mich bedroht. Oh, fuck, sorry. Entschuldigung. Aber ich darf nicht niesen. Ja, niesen ist auch nicht so schlimm hier. Ja, siehst du? Niesen ist nicht schlimm hier. Aber, ach komm. Ich lasse es. Mit Rölpsen demonstriere ich doch nur meine männlichen Gleis. Weiß, weiß. Wuh. Fett. Oh, shit. Now get to damn, what? Guck mal, Zahnkette. Meint, der Zahnriemen oder Steuerkette. Alles gemischt. Zahn... Obwohl, ich könnte mir vorstellen, dass der seinen Namen auch direkt von Windows Live gekriegt hat. Ich habe den mal mit einem geschickten Manöver abgehängt. Er hängt. Oh. Boah. Shit. Das war vielleicht nicht so schlau. Hallo. Ah, oh. Dinky Winky, Dipsy, Dipsy, Lala, Arsch, Arsch, Teletubbies, Teletubbies, sagen, all. Höhö. Höhö. Du hast die bestimmt auch mal geguckt. Ja, ja. Hab ja auch früher. Ja. Ah, die wurden abgeschafft bestimmt, oder? Ja, ja. Ich glaube, die wurden verboten. Wieso eigentlich? Keine Ahnung was. Was? Ja. Ne, das war einfach ein Krampf. Das war einfach echt... Geil. Ja, ja. Ja, sauber. Röger's also. Ja, ja, ja. Ja, sauber, ja. Koba. Oh. Ich fand die Teletubbies immer cool. Ja, man. Der hat mir was beigebracht. Der hat mir was beigebracht. Ja, deswegen bist du so so geworden. Hey. Bedummts. Das machst du echt gerne, oder? Was? Bedummts. Ja, ja. Das hat einmal Andreas gesagt, aber so richtig geil. Bedummts. Oder Bedummts. Und seitdem mach ich das irgendwie auch. Das hat's mir voll angetan. Weil das einfach ein geiler Effekt ist. Boah, ich bin grad bei den Pendern. Ich sag nicht. Oh, Licht aus ist doch nicht gut, Alter. Schnell wieder Licht an. Uh. Wie bei den Pendern. Wo bist du? Ich dachte, du bist zu Hause. Ah ja, stimmt. Bist da zu Hause. Haha. Na komm, sag es. Was? Na, bei du. Ach so. Weißt du, da wo es nicht angebracht ist, sagst du es. Und wo es angebracht ist, sagst du es. Nein. Oh scheiße, ich hab getroffen. Sorry. Oh. Ich wollte ja gar nicht treffen. Nein, ich wollte eigentlich direkt hinter dich oder vor dich schießen. Oh fuck. Nein. Fuck. 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 Oh. Warte, warte. Hier steht ein Motorrad. Komm mal her gelaufen. Da steht eins. Ja. Überraschend. Obwohl du kriegst meins. Ich nehm das. Das sieht irgendwie richtig stylisch aus. Genau. Hey, hier steht aber wirklich eins, gell. Hier steht meins jetzt auf der Straße. Gar nicht. Doch. Nein. Und selbst wenn nicht, hier steht nochmal ein neues. Oder siehst du meins jetzt vielleicht? Ja. Du blindfisch. Ich sehe hier keins. Ja, witzig. Ich werde keinen Mutz an mir. Ja. Oh, mal. Du helb. Boah, hab ich heute wieder viel zu rennen, ey. Das sag ich dir. Oh fuck. Hui, glück. Cool. Hui, was? Ich hab ein Motorrad. Ich sagte, ist doch cool. Kick mir eigentlich auch so ein Wheelie-Bonus wie ein San Andreas. Übrigens, schönes LP. Hä, warum? Na ja, der San Andreas LP. Ach so, danke. Das war schon ein bisschen her. 2012, oder? Das LP. Ja. Das habe ich letztes Jahr gemacht. Also vor zwei Monaten. Ne, das hat richtig Bock gemacht. Vor allem, das hat er auch irgendwie extrem viele Parts. Also das war echt bisher abgeworfen. Abgesehen vom Battlefield, mein längstes Single-Player-LP. Also mein längstes LP, abgesehen vom Battlefield, aber mein längstes Single-Player-LP so rum. Das war schon brutal, weil für GTA 4 habe ich lange nicht so lange gebraucht. Haha, lange nicht so lange. Wortspiele? Ähm. Ne, GTA 4 hat echt nur halb so lange gedauert. Ja. Oder halb so viele Parts, besser gedacht. Aber ich glaube, in GTA San Andreas hast du auch viel mehr Möglichkeiten. Ja, ich habe auch viel mehr Nebenmissionen gemacht. Ja. Wird auch einfach rumgefahren. Und so. Und vor allem, ich habe auch ein paar Nebenmissionen gemacht. Vor allem die, äh... Ja. Ma, ich komme da nie durch. Vor allem auch die, äh... Feuerwehr oder... Ja, genau. Ja, genau. Das hat auch viel gezogen. Hm. Das war schon krass. Ja.